Koaku Sakai Fischform Hiroshima 64 cm Sansai Weiblich Superpenny Es wird Weltklasse Ganz tief Ist noch lange nicht fertig Wird so wie in der Mitte von der Schuppe der Strich Man sieht es hier gut auf dem Video Es wird super dunkel Wird ein ganz ganz klasse Koaku Hat Showqualität Also europäische Show kann man mit einem Fisch gewinnen Immer 80 cm hier überhaupt kein Problem Wird er schaffen Kann hier bleiben Hat auch tolle Flossen Langen Kopf Gestreckten Körper Ist nicht fett Also Rundum Super Koaku Sakai Fischform Hiroshima Sansai